Schwämpf ist da nicht so? Ja, ich wusste es! Oh mein Gott! Fertinho. Das ist doch ein Fehler! Ich dachte, das ist ein Zweiter. Boah, ist das gut! Wir sind Luca und Rocco. Wir spielen heute den Dreierpack gegeneinander. Mal schauen, wer gewinnt. Viel Spaß euch! Aber steckst du doch, wer anfängt, ne? Warte mal, was ist, wenn dein Erster das schon richtig beantwortet? Wir spielen erst mal aus, wer anfängt. Ich weiß, was da passiert. Ich weiß auch, was passiert. Bis eins. Schere, Stein, Papier, ne? Warte, ich bin zwischen dem Stein. Nein! Ich wusste es! Okay. Okay, was passiert das nächste? Omli nimmt einen Schluck aus der Flasche. Omli nimmt einen Schluck aus seiner imaginären Flasche. Oder Omli trifft mit seiner Flasche den Kameramann ab. B. Ja, Zweiter. Anfang B. Kam das nicht sogar auf TikTok? Ja, das war überall. Das war aber extrem lustig, muss ich sagen. Jetzt bist du. Oh mein Gott! Joe Skelly war stolpernd breit. Das war geil. Haben wir das Video sogar geschickt? Echt? Ja. Ich wüsste es jetzt nicht, muss ich sagen. Okay. Ich muss erst noch warten. Ja, genau. Du fängst an. Das letzte. Das letzte. Ja. Ja, hätte ich auch gesagt. So schlecht. Du bist wie so geschickt, Alter. Der fährt sich da. Ja. Top. Alle fallen rein? Alle außer Thomas fallen rein? Oder nur Thomas fällt rein? Ich sag alle außer Thomas. Nein, aber am Ende waren alle drin, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Wenn das die Szene ist, wo ich rüberspringe. Nein, das ist die nicht. Nein, nein. Ich sag alle außer Thomas. Ich sag alle. Ich sag alle. Ja, hey! Warum fällt der noch rein? Warum fällt der noch rein? Stark. Ja. Dann liegst du vorne, oder? Wie ist ja. Okay, und zwar die aktuellen, offiziellen Maskottchen der Bundesligisten. Oh. Ja, das ist so gut, dass ich anfange. Oh, das stimmt. Ähm. Ja. Jinta. Warte mal. Haben wir eine Zeit, die abläuft? Oder hat er jetzt eine halbe Minute ungefähr, oder? Ja. Ja. Herr Tino. Ach Quatsch, warte, warte, was. Das ist schon ein Fehler. Ich dachte, das ist mit Zweiter. Was? Mit... Der hätte ich heute. Das wäre die Liege. Okay, das ist eigentlich schon, ne? Also sind wir ehrlich, das ist ein Punkt für mich. Ja, okay. Super. Boah, ich habe vergessen, dass ihr abgestiegen seid, ja? Ah, Ziger. Plus Strafpunkt dafür. Das aktuelle Fußballmeister in Europa. Wie jetzt aus den Ligen oder was? Fange ich an? Ja, du kannst ja. Oder ich weiß gerade den Namen falsch. Neapel? Neapel, ja. Manchester City. Bayern München. Barcelona. Was gibt's denn noch? Aus Europa, ne? Top 5 Ligen. Alle Ligen? Okay, ja, okay. Alle Ligen? Ja. Warte, wir hatten Deutschland, Italien, Spanien, England. Und, aber wo sind die Dings? Ich weiß nicht, wer Frankreich wurde, ne? Wurde PSG? Boah, ich weiß nicht, PSG? Ähm, ich sag dann mal, äh, Anwerpen zählt das Belgische Liga? Anwerpen. Geht auch zweite Ligen? What? Hertha. Welche Ligen gibt's denn noch? Viele noch. Holland. Holland. Österreich. Oh, Holland war... Portugal vielleicht? Ja, Portugal. PSW? Die sind nur Pokalsieger geworden, ne? Ja. Ja, aber... Genau zwar. Ja. Super. Punkt für mich? Naja. So Fragen, die ich nicht weiß, ja? Keine Ahnung. Aber, aber Hertha mit dem Maskottchen hab ich gekriegt, das ist aber was. Ich hab nicht vergessen, dass sie aufgestiegen sind. Ja, aber... Zum Glück hab ich ne Freundin. Scheiße. Äh, Zwilling. Äh, Stier. Wassermann. Schütze. Krebs. Du bist so schnell, ja? Äh... Ach, Digga. Ich hab keine Ahnung von sowas. Äh... Mir wird auch eng. Du meinst Krebs? Äh... Äh... Ach, Digga. Gibt's nicht Löwe? Ja, Löwe. Steinbock? Bro, woher? Woher? Weißt du das? Was macht denn? Ich hab echt keine Ahnung. Nein, war da. Keine Ahnung. Hab ich gewonnen? Ja, keine Ahnung. Sehr schön. Sehr schön. Könntest du mal so zwei Frauen hier hinstellen? Die wissen alles. Die wissen einfach alles. Bedeutung, dies, das. Ist dir auch eins, oder? Ja, ist meins. Ja, das hast du gesagt. Ja. Was gibt's denn noch? Was ist Januar? Wie bitte? Was ist denn Januar? Oder sowas? Keine Ahnung. Ich war auch raus gerade. Wirklich, ich hatte richtig Glück, dass du nichts mehr hinstest. Okay. Besser. Ja. Na, perfekt. Ja, was? Na, perfekt. Absage. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's gesagt. Das war so klar. Ey, was ist das jetzt, Mann? Gerade hab ich's so gut gemacht in dem Testversuch. Ich hab's mitgucken, wie du das machst. Wow. Wow. Oh, bleibt doch stehen. Und Zero. Ja, 1-0. Also 5-4 insgesamt, ne? Ja. Warum? Bisschen mehr Kraft, du musst weiterkommen mit sich, ne? Boah. Warte mal. Ja, wenn ich mit dem jetzt gewinne, ne? Den musst du näher ran. Versuch mal, den einfach wegzuhauen mit Vollgas. Nein! Das glaubst du nicht. Jawoll. Wo sind wir? Sechs. Vier. Ja, ist vorbei, ne? Nee, komm, wir eine Runde. Alles noch nichts. Alles? Nein, 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 nein. Wo ist mein Dritter? Haben wir noch was? Nein. Komm, zählt doppelt. Doppelt? Zählt doppelt? Dann ist Ausbleiben und danach spielen wir dann. Okay, okay. Okay. Machen wir so. Du fängst aber an. Das glaub ich nicht. Erlass dich nicht auf so dieses. Oh, bleibt doch mal liegen. Oh mein Gott. Warte mal. Maßband. Haben wir ein Maßband hier? Warte mal. Ah, nee, dann lass näher dran. Alter Schwede. Nee. Was ist das gut? Was ist das gut? Jawoll. Hab ich gewonnen, ne? Luca, hab ich gewonnen? Ja, das hast du gewonnen. Ja, das hast du gewonnen. Ja, das ist mit Hartino-Dickern. Das war schon mal. Das war schon respektlos. Danke dir, danke dir. Das war schon respektlos, Digga. Zum Lachen gebracht. Ne, hat er verdient gewonnen. Weil ich hab auch vorher dumme Fehler gemacht. Siehe mit Hartino. Da hat schon angefangen. Ja, ich genieß den Sieg. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber war auch ein leichter Gegner dann am Ende. Deswegen ist es ein verdienter Sieg. Naja, aber hat viel Spaß gemacht. Das ist alles gut gemacht. Ich zweisp Tür. Das war brand Bohr. Das war genau dafür. Ja, ja. Das war ja auch keiner. Und das war ja. Vielen Dank.